Auf diesem Kanal widme ich mich zum einen klassischen Sportuhren von Garmin, Polar, Suunto und Coros, schaue mir auf der anderen Seite aber auch klassische Smartwatches wie die Apple Watch an und lege den Fokus dabei vor allem auf die Frage, wie gut sich diese Uhren für Sportler schlagen. Beide Uhrenkategorien sind wirklich ganz verschiedene Welten, könnte man zumindest meinen, denn ganz so unterschiedlich sind Smartwatches und Sportuhren mittlerweile gar nicht mehr. Die beiden beliebtesten Modelle beider Kategorien sind wohl zum einen die Garmin Fenix 8, die so als das Nonplusultra der Sportuhren gilt und die Apple Watch Ultra 2, die das Ultra ja auch bereits im Namen trägt. Ich habe beide Uhren in den letzten Wochen parallel auf Herz und Nieren getestet und sie aus jeglicher Perspektive miteinander verglichen. Ich trage Apple Watches und Garmin Uhren allerdings auch bereits seit vielen Jahren und denke, dass ich dadurch ein ganz gutes Verständnis der jeweiligen Vor- und Nachteile der beiden Hersteller habe. Und genau auf diese kommen wir im heutigen Video mal ausführlich zu sprechen, damit du für dich weißt, welche der beiden Uhren die bessere Wahl ist. Die Garmin Fenix 8 oder doch die Apple Watch Ultra 2? Also lass uns direkt starten, viel Spaß! Bereits vor dem Kauf einer der beiden Uhren zeichnet sich ein Unterschied ab. Während es die Apple Watch Ultra 2 nämlich im Grunde genommen nur in einer einzigen Version gibt, so hast du bei der Garmin Fenix 8 wie so häufig bei Garmin die Qual der Wahl. Zum einen kann man sich zwischen einem AMOLED und einem MIP Solar Display entscheiden. Zum Unterschied dieser beiden Displaytechnologien bei der Fenix 8 habe ich übrigens auch bereits ein separates Video gemacht, welches du unten in der Videobeschreibung findest. Und dann gibt es für beide Displayarten auch noch verschiedene Größen zur Auswahl. Ich selber habe hierbei die 47mm AMOLED Fenix 8 und 51mm MIP Solar Fenix 8 getestet. Die Apple Watch Ultra 2 liegt mit dessen 49mm genau zwischen diesen beiden Größen. Auffällig ist natürlich auch direkt die unterschiedliche Form beider Uhren. Die Fenix 8 ist rund, die Ultra 2 hingegen rechteckig mit abgerundeten Ecken. Genauer gesagt ist sie nämlich auch nur was die Höhe betrifft 49mm groß. In der Breite sind es nur 43mm. Das heißt größentechnisch am nächsten kommt die 47mm Version der Fenix 8, weshalb ich in diesem Video auch größtenteils über diese sprechen werde. Zudem macht der Vergleich mit der AMOLED Variante der Fenix 8 natürlich am meisten Sinn, da auch die Apple Watch ein OLED Display hat. Und bei der Fenix 8 kannst du dich dann auch noch für eine Saphir und Nicht-Saphir Version entscheiden, wobei ich mich für Saphir entschieden habe. Also was du jetzt hier siehst sind die 47mm AMOLED Saphir Version der Fenix 8 und die Apple Watch Ultra 2 Black. Bei dieser Variante der Fenix 8 besteht die Lunette sowie die Rückseite des Gehäuses aus Titan, das Display wird durch Saphir Glas geschützt und wir haben hier an der Seite dieses schützende Element. Die Uhr ist generell super robust und hochwertig, doch das gilt auf jeden Fall auch für die Apple Watch Ultra 2. Auch hier kommt Saphir Glas zum Einsatz und das Gehäuse besteht ebenfalls aus Titan. Wir haben hier sogar ebenfalls dieses schützende Element am Gehäuserand, welches hier allerdings deutlich ausgeprägter ist und die beiden Buttons richtig umschließt. Mit 14,4mm ist die Uhr etwas dicker als die Fenix 8 mit dessen 13,8mm und auch das Gewicht des Gehäuses ist mit 61,8g hier etwas höher als bei der Fenix 8 mit 52g. Wenn du dich jedoch für eine der beiden MIP Modelle der Fenix 8 entscheiden solltest, bekommst du eine etwas dickere Uhr, hier sind es je nach Größe dann 15,2 oder 15,4mm. Gewichtstechnisch liegst du dann je nach Größe mit 57 und 67g genau zwischen der Ultra 2. Bis auf die unterschiedliche Form sind beide Uhren rein äußerlich, aber gar nicht so verschieden, sie sind beide sehr robust und hochwertig und typische Outdoor-Uhren. Welcher Style dir hier besser gefällt, ist einfach Geschmackssache. Ein Unterschied ist dabei noch, dass die Fenix 8 am oberen Gehäuserand eine LED-Taschenlampe verbaut hat. Dieses Feature wird nach wie vor von einigen etwas belächelt, aber diejenigen, die es wirklich mal über längere Zeiträume getragen haben, wollen es eigentlich nicht mehr missen, was mich persönlich auch einschließt, denn ich liebe dieses Feature und nutze es mittlerweile sehr oft. Die Apple Watch Ultra 2 hat so eine Taschenlampe nicht, bietet allerdings eine Taschenlampenfunktion, bei der sich das Display einfach so hell wie möglich schaltet. Auch das ist gut, aber auf jeden Fall etwas umständlicher. Interessant zu wissen ist, was die Robustheit angeht, auch noch, dass die Apple Watch Ultra 2 bereits 2023 in dieser Naturfarbe herauskam, die ich ebenfalls damals getestet habe. Im Jahr 2024 kam dann die neue Farboption Schwarz hinzu. Dabei ist mir aufgefallen, dass dieses Modell etwas kratzanfälliger ist, beziehungsweise dass Kratzer auf dem schwarzen Gehäuse etwas mehr auffallen. Von den Kosten her musst du für diese 47mm AMOLED-Version der Fenix 8 aktuell etwa 1100 Euro auf den Tisch legen. Generell liegst du hier je nach Modell zwischen 1000 und 1300 Euro. Für die Apple Watch Ultra 2 werden knappe 900 Euro fällig. Das ist natürlich für beide Uhren ein ganz schön happiger Preis, weshalb die Wahl natürlich wohl überlegt sein sollte. Und genau deshalb schauen wir uns jetzt noch alle weiteren Unterschiede zwischen beiden Uhren genauer an. Ein weiterer Unterschied liegt bei den Displays beider Uhren. Wie gesagt, ich spreche jetzt hier vom AMOLED-Modell der Fenix 8, da ein Vergleich nur so noch halbwegs fair bleibt. Während beide Uhren dann also die gleiche Display-Technologie nutzen, gibt es dennoch Unterschiede. Zunächst mal bei der Größe der Displays. Die Fenix 8 bringt es auf 1,4 Zoll, die Apple Watch Ultra 2 auf 1,92 Zoll, was schon ein erheblicher Unterschied ist. Vor allem aber unterscheidet sich auch die Helligkeit. Hier bietet die Fenix 8 nämlich nur bis zu 1000 Nits, die Ultra 2 hingegen bis zu 3000 Nits. Dessen Display ist bei Betrachtung jetzt nicht unbedingt auch wirklich dreimal so hell, aber es ist auf jeden Fall deutlich heller. Insgesamt muss man sagen, dass die Ultra 2 definitiv das schönere, hellere und sattere Display hat. Und auch bei der Bedienung hat diese Uhr die Nase, wie ich finde, deutlich vorn. Bei der Fenix 8 ist die Bedienung nämlich etwas ruckliger und einfach langsamer als bei der Ultra 2, bei der wiederum alles super schnell und flüssig läuft. Diese beiden Unterschiede, also Display und Bedienung, liegen einfach daran, dass beide Uhren einen anderen Fokus legen und somit auch andere Zielgruppen bedienen. Smartwatches wie die Apple Watch sollen zumindest ein bisschen auch immer schön aussehen und schnell sein. Sport und auf der anderen Seite sollen vor allem funktional sein. Hier spielt dann auch die Akkulaufzeit mit rein, die wir uns jetzt mal genauer anschauen. Während die Punkte Display und Bedienung zumindest meiner Meinung nach noch klar an die Apple Watch gingen, so geht der Punkt Akkulaufzeit noch deutlicher an die Garmin Fenix 8, denn hier liegen wirklich Welten zwischen beiden Uren. Die Ultra 2 hat hier zwar bessere Laufzeiten als die regulären Apple Watches der Series 10, 9, 8 und so weiter, kann aber trotzdem nicht ansatzweise mit der Garmin Uhr mithalten. Sie hält laut Apple bis zu 36 Stunden bei normaler Nutzung und bis zu 72 Stunden im Stromsparmodus. Die 47mm AMOLED Fenix 8 hingegen hält laut Hersteller im normalen Gebrauch bis zu 16 Tage, beziehungsweise 7 Tage mit Always On und 23 Tage im Energiesparmodus. Beim Joggen verbraucht die Fenix 8 bei mir etwa 2% pro halbe und somit 4% pro ganze Stunde, bei der Ultra 2 sind es 4-5% in 30 Minuten und somit knappe 10% pro Stunde. Insgesamt kann man mit der Fenix 8 locker einen Marathon und ebenfalls locker eine ganztägige Wanderung absolvieren. Bei Nutzung von Multiband hält selbst diese AMOLED-Version bis zu 35 Stunden, die MLP-Version kann vor allem dank des Solar-Features nochmal deutlich länger halten. Im letzten Jahr habe ich beispielsweise mit der Fenix 7 Pro den Kilimanjaro bestiegen, habe hier jeden Tag Wanderungen um die 10-12 Stunden aufgezeichnet und musste die Uhr an Tag 4 das erste Mal aufladen. Die Ultra 2 hält während des Trainings so 10-12 Stunden, also einen Marathon kannst du hier ebenfalls locker absolvieren. Bei einer ganztägigen Wanderung könnte es allerdings eng werden, spätestens bei mehrtägigen Expeditionen wird die Uhr an ihre Grenzen kommen. Im normalen Gebrauch hält die 47mm AMOLED Fenix 8 bei mir etwa 10-12 Tage, bei der Ultra 2 komme ich auf 2-3 Tage, also hier spielen beide Uhren einfach in einer ganz anderen Liga, was aber auch zu erwarten war. Bisher haben wir fast ausschließlich über die Hardware beider Uhren gesprochen. Kommen wir da jetzt auch mal zu den Funktionen. Ich möchte in diesem Video jetzt auch gar nicht mehr über alle Funktionen beider Uhren sprechen, da ich dazu wie gesagt schon separate Testberichte zu beiden Uhren habe und das dann jetzt diesen Vergleich sprengen würde. Also hier geht es jetzt wirklich um die Unterschiede zwischen beiden Uhren, damit du für dich weißt, welche Uhr die bessere Wahl ist und natürlich möchte ich euch auch nicht allzu viel eurer wertvollen Zeit stehlen. Hier brauchen wir gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Was die Sport- und Trainingsfunktionen angeht, hat Garmin klar die Nase vorn. Aber mal langsam. Die Apple Watch Ultra 2 bietet hier wirklich vieles. Du hast unzählige Trainingsmodi inklusive Multisport, Triathlon, Freiwasserschwimmen und natürlich allen weiteren gängigen, sowie auch vielen ausgefalleneren Sportarten. Du kannst dir während des Trainings zahlreiche Statistiken anzeigen lassen, darunter auch fortgeschrittene Daten wie die Laufleistung, die Schrittlänge, die Schrittfrequenz, die vertikale Bewegung und die Bodenkontaktzeit. In der App kannst du dann weitere Daten und Statistiken zu jedem deiner Workouts einsehen. Zudem ist die Uhr zum Sporttauchen bis auf 40 Meter geeignet und hat hierfür auch einen Tiefenmesser und Wassertemperatursensor. Was die Tauchfunktionen angeht, hat Garmin auch erst mit der Fenix 8 diese Lücke geschlossen. Die Fenix 7 Pro zum Beispiel war noch nicht wirklich zum Tauchen geeignet. Dafür kommen bei der Fenix 8 unter anderem neue, sogenannte lecksichere, induktive Knöpfe zum Einsatz. Der Trainingsmodus der Ultra 2 bietet also im Prinzip alles, was der Großteil an Sportlern brauchen könnte. Und seit dem WatchOS 11 Update im Sommer 2024 hast du auch ein Widget zur langfristigen Trainingsanalyse. In der altbekannten Aktivitäts-App findest du nun nämlich einen extra Bereich zu deiner Trainingsbelastung. Zunächst mal kannst du nach jedem Training angeben, wie anstrengend es war. Dafür dient eine Skala von 1 bis 10 und das Rating siehst du dann natürlich auch in der Trainingszusammenfassung. Bei 17 Sportprofilen, also natürlich den Klassikern wie Laufen oder Radfahren, wird übrigens auch automatisch ein Wert zugeteilt, den du aber natürlich dann auch noch anpassen kannst. Das wiederum dient dann als Basis für die Einschätzung deiner Trainingsbelastung. Dafür wird deine Trainingsbelastung der letzten 28 Tage und die der letzten 7 Tage berechnet und dann wird eben geguckt, ob du in den letzten 7 Tagen jetzt deutlich mehr oder deutlich weniger trainiert hast, als in den letzten 28 Tagen. Also hier auf diesen Bildern ist die weiße Linie die Trainingsbelastung der letzten 28 Tage und die andere Linie ist die Belastung der letzten 7 Tage. Und dann siehst du in 5 Kategorien, ob diese akute Belastung der letzten 7 Tage deutlich unter, unter, konstant, über oder deutlich über der Trainingsbelastung der letzten 28 Tage liegt. Solch ein Tool für die langfristige Trainingsanalyse hat bis zu dem WatchOS 11 Update bei Apple noch gänzlich gefehlt, ist nun allerdings glücklicherweise endlich mit an Bord. Das kennen wir in einer ähnlichen Form von Garmin, bei dem das Ganze unter chronischer Belastung, akuter Belastung und dem resultierenden Belastungsverhältnis bekannt ist. Hier resultiert das dann aber in einem bestimmten Wert, also einer konkreten Zahl für deine Trainingsbelastung. Mit diesen konkreten Werten können viele Menschen wahrscheinlich sowieso eher weniger anfangen, deshalb verzichtet Apple auch gänzlich darauf und wählt stattdessen einen relativen Ansatz, also nur diese Prozentangaben. Ich selber muss sagen, ich bin ein Fan dieser konkreten Zahlen, die Garmin und Co. uns hier zur Verfügung stellen, da man das Ganze so auch über Monate und Jahre hinweg vergleichen kann, also die Trainingsbelastung. Bei Apple geht das im Prinzip nur in einem Zeitraum von 28 Tagen, aber wie gesagt, die Prozente sind leichter zu verstehen und zu analysieren. Und man muss sagen, dass dieses Trainingsbelastungswidget von Apple zwar gelungen ist und für Sportler sicherlich sehr sinnvoll, aber Garmin bietet in dieser Hinsicht einfach nochmal deutlich mehr. Zum Beispiel wäre da das Trainingsbereitschaftwidget, wo du eine genaue Aufschlüsselung aller Faktoren siehst, die beeinflussen, wie bereit du für deine nächste intensive Trainingsanhalt bist, also deinem Schlaf, deine Erholungszeit, deine Herzfrequenzvariabilität, deiner Trainingsbelastung, deiner Schlafhistorie sowie auch deinem Stresslevel. Für all diese Punkte siehst du dann, ob sie zu deiner Erholung beitragen oder ob es hier etwas zu verbessern gibt und alles in allem erhältst du dann eben einen zusammenfassenden Wert zu deiner Trainingsbereitschaft. Du hast die Body Battery, die im Prinzip angibt, wie viele Energiereserven dir noch für den Tag bleiben und du hast das Trainingsstatusfeature, das dir anzeigt, welche Reize du aktuell setzt. Beim Belastungsfokus siehst du zudem die Anaerobe, Leichterobe und Hocherobebelastung. Das sind alles Daten und Statistiken, die Garmin einerseits aus deinen Trainingsanhalten, andererseits aber auch aus deinen Erholungsphasen herauszieht und diese dann eben zusammenrechnet. Insgesamt sind all diese Daten bei Garmin wirklich super ausgereift, denn das Unternehmen hat einfach Jahre, ja wirklich viele Jahre damit verbracht, die Daten und Statistiken unzähliger Athleten zu analysieren und daraus dann eben sehr ausgereifte Analyse-Tools entwickelt. Und all diese Widgets bilden bei Garmin eben ein großes Zusammenspiel, was das Ganze umso nützlicher macht. Du kannst dir außerdem in der Garmin-App mithilfe des Garmin-Coaches Trainingspläne zusammenstellen lassen und auf dem Display der Uhr animierte Übungen anzeigen lassen. Bei der Apple Watch Ultra 2 haben wir eben nicht so ein großes Zusammenspiel. Einer der Vorteile der Uhr ist sicherlich, dass du hier auch auf Apples App Store zurückgreifen kannst und dich somit an den Funktionsumfang der Garmin Fenix 8 herantasten kannst. Aber um wirklich den Funktionsumfang der Garmin Uhr zu erreichen, müsstest du wahrscheinlich viele, viele verschiedene Apps auf die Uhr laden und dann immer wieder zwischen diesen Hin und Her wechseln. Also dieses ganze Zusammenspiel ist bei Garmin einfach deutlich besser, vor allem für wirklich ambitionierte Sportler oder Zahlenfreaks. Es gibt aber auch eine Funktion, die die Apple Watch Ultra 2 bietet, die Fenix 8 hingegen nicht und das ist die EKG-Funktion. Bei der Ultra 2 kannst du nämlich direkt am Handgelenk ein Elektrokardiogramm aufzeichnen, was dich auf eventuelle Herzrhythmusstörungen aufmerksam machen kann. Dazu ist die Fenix 8 zwar hardware-technisch ebenfalls in der Lage, zur Nutzung dieser Funktion in Europa fehlt jedoch leider weiterhin die Lizenz. Weitere Gesundheitsfunktionen wie das Tracking des Blutsauerstoffs sind bei beiden Uhren mit dabei. Generell bietet Apple sehr viele Gesundheitsfunktionen für den Alltag, zum Beispiel auch einen Temperatursensor, was besonders beim Periodentracking für Frauen sehr sinnvoll ist. Eine ganz interessante Neuerung im Vergleich zum letzten Jahr, die uns ebenfalls mit dem WatchOS 11 Update in diesem Sommer vorgestellt wurde, ist die sogenannte Vitals-App oder auf Deutsch Vitalzeichen-App. Das ist einfach eine App, in der du die wichtigsten Gesundheitsdaten auf einen Blick sehen kannst. Dazu zählen die Herzfrequenz, Atemfrequenz, Hauttemperatur, Schlafdauer und Blutsauerstoff. Dafür gab es ja vorher auch schon separate Apps, aber nun sind diese Daten eben alle auch nochmal zusätzlich zusammengetragen in einer App. In dieser Vitalzeichen-App kannst du dann auch sehen, ob diese Daten im Normalbereich liegen und wenn sich zwei oder mehr Messwerte außerhalb dieses Bereichs befinden, kannst du zum Beispiel auch eine Benachrichtigung erhalten, wo dann auch nochmal erläutert wird, wieso dies der Fall sein könnte. Der angesprochene Normalbereich wird dabei automatisch berechnet, während du schläfst. Du siehst dann eben zum Beispiel, dass deine Herzfrequenz in der vergangenen Nacht deutlich über oder deutlich unter deinen normalen Werten lag und so weiter. Die Vitals-App soll also einfach dazu dienen, einen schnellen Blick auf die wichtigsten Gesundheitsdaten zu haben und einfach zu beobachten, ob diese sich im Normalbereich befinden. Das kennen wir von vielen Garmin-Uhren ja zum Beispiel vom Morgenbericht, bei dem du die wichtigsten Daten beim Aufwachen angezeigt bekommst oder dem Health Snapshot Feature. Dies ist ein kurzer, zweiminütiger Test, der dir ebenfalls die wichtigsten Gesundheitsdaten anzeigt. Was diese Gesundheitsdaten generell angeht, sind sich beide Uhren übrigens größtenteils einig. Die Schlafanalyse ist bei Smartwatches und Sportuhren generell nur so zu 80% genau, beide Uhren spucken mir hier aber nach den meisten Nächten ähnliche Werte aus, sowohl was die Schlafdauer und Schlafphasen angeht, als auch zum Beispiel den Ruhepuls oder die Blutsauerstoffwerte. Dann nochmal zum Trainingsmodus selber. Wie gesagt, hier hat auch die Apple Watch Ultra 2 so einiges zu bieten. Aber auch hier gibt es noch ein paar Punkte, bei denen Gami dann nochmal einen draufsetzt. Zum einen kannst du dir bei der Phoenix 8 die Live Stamina Daten anzeigen lassen. Dabei werden dir während deiner Trainingsanheiten im Prinzip deine verfügbaren Energiereserven angezeigt, und zwar einmal die langfristigen und einmal die kurzfristigen. Nach dem Training siehst du dann auch noch, welchen Effekt dieses hatte. Das ist dann wiederum aufgeteilt auf den Aeroben Trainingseffekt, also den Effekt auf deine Ausdauer, und den Anaeroben Trainingseffekt, also den Effekt auf deine maximale Leistungsfähigkeit. Außerdem wird dir eine vorgeschlagene Erholungszeit angegeben. Dann gibt es noch die beiden fortgeschrittenen Funktionen PacePro und ClimbPro. Bei der PacePro-Funktion kann bei deinen Strecken das Streckenprofil analysiert werden und dann wird eine Geschwindigkeitsstrategie dafür entwickelt. In steilen Abschnitten verringert sich die Pace also und im flacheren Terrain erhöht sie sich. Du kannst aber auch selber Strategien entwickeln, also zum Beispiel, dass du bei einem längeren Wettbewerb erst etwas langsamer starten willst und dich dann steigern willst. Die ClimbPro-Funktion hilft dir dabei, eine Strecke mit vielen An- und Abstiegen besser zu meistern. Dabei wird dir auf der Uhr angezeigt, wann der nächste Anstieg kommt, wie lang dieser ist und wie steil dieser ist. All das sind sicherlich Funktionen, die jetzt nicht jeder Mensch brauchen wird. Also das sind wirklich sehr fortgeschrittene Funktionen, die wahrscheinlich nur ambitionierte Sportler oder Daten- bzw. Zahlenfreak so richtig nutzen werden. Aber in diesem Bereich merkt man eben einfach, die Garmin Fenix 8 ist primär eine Sportuhr, die Apple Watch Ultra 2 ist und bleibt primär eine Smartwatch. Anknüpfend an meinen letzten Satz müssen wir dann auch noch über die smarten Funktionen reden. Denn wie gesagt, Apple Watch Ultra 2 gleich Smartwatch, Garmin Fenix 8 gleich Sportuhr. Das heißt, bei den smarten Funktionen hat logischerweise die Apple Watch Ultra 2 wieder die Nase vorn. Aber auch nicht mehr so sehr wie zum Beispiel im Vergleich zur Fenix 7. Die Fenix 8 hat nun nämlich erstmals für eine Fenix-Uhr ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher, wodurch du jetzt Sprachassistenten wie den Google Assistant, Siri oder Bixby nutzen kannst. Du kannst zudem Offline-Befehle geben. Also für die meisten deiner Abfragen, wie zum Beispiel zum Wetter, ist die Verbindung zu einem Smartphone oder zum Internet erforderlich. Aber so Sachen, für die du keine Internetverbindung brauchst, die kannst du auch ohne dein Smartphone befehlen. Zum Beispiel kannst du so einen Timer stellen oder vor allem auch Workout starten und beenden. Durch das Mikrofon und den Lautsprecher kannst du jetzt auch mit der Uhr telefonieren, Musik abspielen lassen, Sprachnachrichten über die Uhr abhören oder selber welche aufnehmen. Und es gibt auch eine neue Extra-App namens Sprachnotizen, womit du zum Beispiel, wenn du nur mit der Uhr und ohne dein Smartphone unterwegs bist, Gedanken festhalten kannst. Außerdem kannst du über Garmin Pay auch hier wieder kontaktlos mit der Uhr bezahlen. Hier kommen immer mehr Banken und Karten hinzu, die kompatibel sind, aber ganz so viele sind es leider ehrlich gesagt immer noch nicht. Und unter anderem da zeichnet sich der Unterschied zur Apple Watch Ultra 2 ab. Wie gesagt, diese Uhr ist eine klassische Smartwatch, kann also all das, was die Fenix 8 in dieser Hinsicht kann und noch vieles mehr. Du kannst hier natürlich ebenfalls Siri als Sprachassistentin nutzen, hast hier einen Ring aus drei Mikrofonen zur Minimierung von Windgeräuschen bei Anrufen, zwei Lautsprecher, die Uhr warnt dich in lauten Umgebungen mit hohem Lärm, du kannst Gesten zur Bedienung nutzen und zum Kontaktlosen bezahlen, hast du Apple Pay, was im Gegensatz zu Garmin Pay mit sehr viel mehr Banken und Karten kompatibel ist. Ein Riesenunterschied ist dann auch noch, dass die Apple Watch Ultra 2 eine eigene LTE-Verbindung aufbauen kann, das heißt mit dem passenden Mobilfunktarif kannst du mit der Uhr auch dann in Verbindung bleiben, wenn du dein Smartphone mal nicht beim Laufen dabei haben solltest. Bei Garmin bietet, soweit ich weiß, nur die V1 A945 LTE diese Option. Viele Menschen hatten daher auch für die neue Fenix 8 auf die LTE-Funktion gehofft, wurden aber leider enttäuscht. Um das Thema smarte Funktionen dann noch abzurunden, muss man auf jeden Fall noch eine Sache erwähnen, die die meisten von euch wahrscheinlich aber auch schon wissen, und zwar, dass man die Apple Watch nur in Verbindung mit einem iPhone nutzen kann. Die Garmin Fenix 8 hingegen funktioniert sowohl in Verbindung mit iOS als auch mit Android. Ein Punkt, der sicherlich mehreren von euch am Herzen liegen dürfte, betrifft die Navigation. Bei der Apple Watch Ultra 2 kannst du dich im klassischen Trainingsmodus nämlich nicht navigieren lassen. Du kannst also zwar die klassischen Karten nutzen und seit dem Godjoys 11 Update kannst du auch Karten auf die Uhr laden und diese offline nutzen, aber im klassischen, von Apple vorinstallierten Trainingsmodus kannst du die Navigation eben nicht nutzen. Du kannst also ein Training aufzeichnen und die Karten-App nutzen, musst dann aber zwischen diesen beiden Apps hin und her springen. Das ist zwar möglich und geht auch recht schnell, aber aus Sicht eines Sportlers ist das natürlich nicht optimal gelöst. Bei der Garmin Fenix 8 ist die Navigation im Trainingsmodus natürlich mit dabei. Hier hast du topografische Karten mit allen möglichen Details, wie Straßennamen, Points of Interest und so weiter. Du hast Skikarten, Golfplatzkarten, du kannst eine Backtrack-Funktion nutzen und vieles, vieles mehr. Die Fenix 8 ist also echt ein kleines Navigationssystem. Zudem gibt es hier die sogenannte Roundtrip-Routing-Funktion. Dabei kannst du eine bestimmte Strecke festlegen, die du absolvieren willst, also zum Beispiel 20 Kilometer und dann schlägt dir die Uhr verschiedene Strecken vor, die dich von und zu deinem Startpunkt mit einer Gesamtdistanz von eben 20 Kilometern führen. Das Ganze ist bei der Fenix 8 sogar dynamisch, also solltest du mal vom Weg abkommen, berechnet die Uhr die Strecke automatisch neu. All das kannst du eben im Trainingsmodus nutzen und dir sogar Datenfelder mit Statistiken zusammen mit der Karte während deiner Workouts anzeigen lassen. In diesem Zusammenhang müssen wir dann auch noch über die GPS-Genauigkeit sprechen. Hier bieten beide Uhren das sogenannte Multiband-GPS, welches so ziemlich State-of-the-Art ist. Und hier konnte ich keine signifikanten Unterschiede in der Genauigkeit feststellen. Sowohl bei Läufen durch die Stadt als auch Fahrradfahrten durch Bauernschaften oder Wälder kürzen beide Uhren keine Ecken ab und zeichnen meine Strecken einfach genau auf. Auch was die Distanzen angeht, sind sich beide Uhren hier größtenteils sehr einig. Als Extremtest gehe ich dann immer noch in den Wald und laufe dort auf einem engen Weg die gleiche Strecke hin und zurück. Und wie wir hier sehen, haben das beide Uhren ebenfalls sehr gut aufgezeichnet, denn die Strecken liegen sehr gut übereinander. Man könnte hier jetzt sehr nah ran zoomen und würde dann eventuell feststellen, dass die Phoenix 8 in Rot einen Prozentpunkt genauer ist als die Ultra 2, aber da müsste man schon mit der Lupe rangehen und wirklich aktiv nach einem Unterschied suchen. Unterm Strich, was die GPS-Genauigkeit angeht, sind auf jeden Fall beide Uhren meinen Erfahrungen zufolge sehr genau. Neben der GPS-Genauigkeit habe ich dann wie immer auch noch überprüft, wie genau die beiden Uhren meine Herzfrequenz tracken können. In dieser Hinsicht habe ich nun über Jahre hinweg immer mit den Apple Watches die besten Erfahrungen gemacht. Also im Prinzip waren die Apple Watches die einzigen Uhren, die auch bei schwieriger zu trackenden Sportarten wie dem Krafttraining oder dem Schwimmen genaue Ergebnisse erzielen konnten. Wie sieht es also in diesem Jahr mit der Garmin Phoenix 8 und der Apple Watch Ultra 2 aus? Hier auf diesem und auf den folgenden Bildern siehst du die Datenkurve eines Brustgurts in Rot, den ich zur Referenz genutzt habe. In Blau siehst du dann die Daten der Ultra 2 und in Schwarz die der Phoenix 8. Das hier ist jetzt eine meiner Laufeinheiten und hier sind beide Uhren wirklich sehr genau, die Kurven stimmen sehr gut mit der des Brustgurts überein. Die Angaben zum Durchschnittspuls liegen bei beiden Uhren auch nur um weniger als einen halben Schlag pro Minute neben der des Brustgurts. Das gleiche gilt für das Radfahren, auch hier habe ich viele Einheiten mit beiden Uhren aufgezeichnet und beide sind hier sehr genau. Wirklich spannend wird es dann aber beim Krafttraining. Hier sehen wir ja, dass vor allem eine Kurve etwas stärker vom Brustgurt abweicht und das ist die schwarze Kurve der Phoenix 8. Deutlicher wird das noch, wenn wir uns die Ergebnisse der beiden Uhren mal einzeln anschauen. Also blende ich die Kurve der Ultra 2 mal kurz aus und wie wir hier sehen, gibt es eben starke Abweichungen zwischen der Phoenix 8 in Schwarz und dem Brustgurt in Rot. Auch der Durchschnittspuls liegt um knapp neun Schläge pro Minute daneben. Im Gegensatz dazu sieht es so für die Ultra 2 aus. Wir sehen hier klar, dass beide Kurven deutlich näher beieinander liegen. Bereits während des Trainings merkt man, dass die Ultra 2 deutlich besser bei schnellen Pulsveränderungen hinterherkommt als die Phoenix 8. Also wieder einmal hat sich gezeigt, dass Apple hier einfach die beste, weil genaueste Pulsmessung anbietet. Also gut, wie lautet nun das Fazit? Welche Uhr ist besser? Die Garmin Phoenix 8 als smarte Sportuhr oder die Apple Watch Ultra 2 als sportliche Smartwatch? Wie du im Laufe dieses Testberichts wahrscheinlich schon bemerkt hast, gibt es hier keinen klaren Gewinner. Die Apple Watch Ultra 2 bietet das bessere, schönere Display, ist schneller und flüssiger in der Bedienung, hat natürlich die besseren smarten Funktionen und vor allem die bessere und meinen Erfahrungen zufolge aktuell auch beste Pulsmessung. Die Garmin Phoenix 8 bietet hingegen den deutlich höheren Funktionsumfang in Sachen Sport- und Trainingsfunktionen und außerdem haben all diese Funktionen auch ein wesentlich besseres Zusammenspiel. Dazu ist die Akkulaufzeit hier natürlich um Welten besser als die der Apple Watch Ultra 2. Rein als Sportuhr ist also unterm Strich die Phoenix 8 sicherlich die deutlich bessere Wahl. Dennoch ist hier die Frage, wie viele der vielen Funktionen und wie viele Tage bzw. Wochen Akkulaufzeit man selber für sich überhaupt braucht. Die Apple Watch Ultra 2 schließt für Sportler vor allem auch dank des WatchOS 11 Updates auf jeden Fall so ein wenig die Lücke zwischen klassischer Smartwatch und Sportuhr und ist genau als diese Hybridlösung sicherlich ebenfalls für viele von euch eine sinnvolle Option. Lasst mich in den Kommentaren daher nun gerne wissen, welche der beiden Uhren euch besser gefällt und warum. Ich bin mir bewusst, dass dieses Video vielleicht etwas kontrovers ist, da beide Fanlager hier meistens vehement ihre Meinung vertreten. Ich habe jetzt hier einfach in diesem Video versucht, möglichst objektiv und transparent meine eigenen Erfahrungen mit beiden Uhren darzustellen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Wenn dem der Fall ist, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann könntest du mich und meine Arbeit hier sehr unterstützen, indem du kurz einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du in Zukunft keine weiteren Vergleiche oder Testberichte mehr verpassen willst, dann solltest du natürlich noch schnell, einfach und kostenlos diesen Kanal abonnieren. Jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.